Zwingt sie, 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 zwingt Hört gut zu, es ist nun Zeit, dass jeder von uns zu Hause bleibt, auch wenn wir uns zu sehr nach Nähe sehnen. Coronavirus ist kein Fake, der uns zum Spaß zu Hause hält. Es ist Ernst, es geht um uns und unser Leben. Halleluja, 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 Halleluja. Wenn jeder von uns zu Hause bleibt, sich ganz allein die Zeit vertreibt, dann können wir die Krankheit auch besiegen. Es geht um dich, um mich, um uns, um jeden, den man schützen muss. Auch wenn die Zeiten schwer sind, bleib zu Hause. Halleluja, Halleluja, Halleluja.